Hallo liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße mich zu Far Cry 5 mit meinem Bruder, mit dem Bedrock zum Part 14. Wenn ihr da hinten schon seht, sind wir schon wieder auf dem Weg zu einer kleinen Nebenmission. Jetzt müssen wir zuerst mal ein Fahrzeug suchen. Ich hoffe es hat ein schönes Wochenende gehabt, es hat ihn gescheit erholt. Die Silos haben wir alle kaputt gemacht. Ich hoffe dass du das Spezialfahrzeug gefunden hast. Ich habe schon beim Spezialfahrzeug können wir das Fahrzeug rufen. Ah ok, ja gut. Beim Spezialfahrzeug können wir das Fahrzeug rufen. Dann ruf mal. Das ist ein Rucksack zum Blüten. Wer schiesst denn da? Du und deine Vorkünste, dass du dabei ein Gatling baugst. Ja, ja. Nein, du darfst einmal voll sparken. Oh, jeder hat ja nie gesteckt, nicht ey? Ja, na vor einfach. Ja, na vor einfach. Hier ist es nicht los, bin unterwegs. Kultiften! Du kannst du ein bisschen dein Fernseher leiser machen. Ich hör mich gerade doppelt nachher. Ich wollte schon sagen, du kannst es gar nicht doppelt hören. Ja, nein. Wenn du eine Zeit bleibst. Ja, nein. Das ist was. Da müssen wir jetzt etwas umleben. Das tut scheiße weh. Wie tun wir die Leute wiederbeleben? Ja, ja. Ich kann schon nicht abtreten! Ich kann schon nicht abtreten! Sie krieren mich! Hilf dir! Deine Geräte ist direkt durch uns durchgehasst. Überprüfe den anderen Kontrollpunkt! Die Straße runter, schnell! Der klaut uns Auto! Der klaut uns Auto! Wo ist denn mit denn dort? Ah ja, da steht er noch. Könnt ihr sich nicht entscheiden, wer vorfängt zu bauen oder was? Das ist ja ein ganzer Witz. Ja, wollten wir es auch da nicht mehr geben. Wie hochst du drauf? Ich bin schon drauf. Oh ja, wo ist denn der nächste Kontrollpunkt? Für die Mission. Gatling, fisch den an. Ich bin schon drauf. Ich bin schon drauf. Hoppala. Ich bin durchs Auto gefallen. Ich klammert mich mal ins Leben, ich lieg hinter dir. Ich bin durchs Auto geglitscht. Du hast nachher geschossen wenigstens. Nein. Der ist jetzt in den Fuß geflogen. Ich wusste, ich habe Angst, dass der einen Raketenlauf hat. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ah, er kommt schon wieder. Also ne. Nein. Ja. Ja. Bei dem mit den Stern müssen wirs doch mal rein. Lugeln. Das ist ein Ungeheuer. Nehmen wir uns den Chip dazu, oder? Ja, ich muss jetzt mal überlegen, wo der sein soll. Im Ausläufer des Tals. Er wäre auch kein Tal. Ja. Okay. Der Verrückte heißt das, oder? Nein, irgendwas nicht. Der Jung-Elch. Ach so, ich habe das mit dem Verrückten noch. Herausforderung, ja. Online-Faktdown passen. Nein, haben wir da nicht irgendwie... Ach so, der Elch. Der Elch, der ist total weit hinten hin. Den weiß ich, wo der umgeht. Ich habe gerade schon markiert, oder? Oder hast du jetzt markiert? Ich habe hier ein paar Kürze, was nachgeht. Okay. Weil der Elch, da werden uns die Leute nachhört. Ich habe hier ein paar Tage schon immer Faktweispiele, und ich komme mich schon wieder nicht mehr aus. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. Ich habe das Radio aus. Ich habe das Radio aus. Ich kann mich schon mal machen. Ich bin einfach begen. Ich bin unbe�." Der ist weiter gewandert, tut feiner. Der ist weiter gewandert, tut feiner. Der ist weiter gewandert. Der ist weiter gewandert. Ja, huckst du hinten? Nein, du huckst die hinten auf wie auf die Gatlin. Du huckst das alles nix. Ich hab's markiert. Boah. Ach jo, warum? Schau mal. Ich bin tot. Wie geht's da raus doch? Ich bin auch tot. Unsere Tussi lebt noch. Aber die belebt mich nicht. Jetzt rennt sie zu dir. Oh, nicht gar gestreckter. Dann muss ich mit dem Raketenlauf voran. Jetzt füsst du wenigstens, dass der wenigstens langsam wieder zurückgekriegt. Mhm. Und dass der verdammt führer Sepp. Ja. Ich hab... Ey. Ich hab... Wenn der Schindwerd draufgehalten wird, der blöde auf dem Fahrer und der ist nicht tot geworden. Oh Gott, oh Gott! Bereitsmassen! Oh Gott! Oh Gott, der Kunko wieder. Oh Gott, der Kunko wieder. Ja. Das ist der Heli auch noch. Was auch passiert. Lass dieses Ding nicht durch. Geh die mit Gatling. Kannst du dich aufhalten? Was sollen wir tun? Was ist denn da wie Tobi? Okay... Wird schon wieder. Wird schon wieder. Klammert ihr ans Leben? Ja. Mache ich so oder so. Was bleibt mir anderes übrig? Kein Hund ist nicht wachs drauf. Muss ich nicht mehr den Heli gleich. Ja. Bist du in die Heli rein? Nein. Der Wichser, ziehst du in die Heli rein? Dann nehmen wir uns halt wieder das Auto. Warte, dann geh ich hinten ab, oder? Mhm. Huckst du hinten oben? Ja. Jetzt müssen wir schauen wo der ist. Ich glaub der ist da oben. Ah der ist unten. Ab und zu klappt man, dass das keine Freunde von uns sind. Dass das eher so sind. Ja. Hey Gott die ist unbedingt fest. Alter. Der ist jetzt schon wie der Hand voll mit dem der geht ist. Der gibt's doch nicht. Los pack drauf. Ich weiß doch mal wieder mal Bauersäte. Halt abstand. Ich bin... Ich klammert mich ans Leben. Da sind Schützen oben am Tach. Wir haben Gesellschaft. Okay. Wie war ich schon wieder so weit? Ja. 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 Und der sieht immer wieder auf, der heilt. Ja. Nein, nein. Bei mir ist er schon weiter herunten. Ja. 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 Was ist der mit dem Raketenwerfer auf dem Kuh, was mit einem Granatenwerfer fangen wo sie in den Haaren dazu geht. Abstand. Ja. Passt schon. Hab ich schon. Erste Merklepaket. Ja. Ich bin schon wieder. Ich klammert mich mehr ins Leben. Keine Gnade. Wo liegst denn du? Hinter dem Auto? Das dauert nur was auch. Ja, aber da sind wir zwei weg. Da kommst du nicht mehr hin, HP. Ja. Ich fahre durch, wenn ich nicht ballere. Schauen wir, ob es mir besser geht. Zum Glück habe ich den Autoreparaturfokus drin. Ich fahre durch. Wie geht es? Ich komme von oben. Ihr Wechsel! Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Ich bin nur aus Unterreichweiten. 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 Na! Warum zerreißt du den Heldspiel? Ich weiß nicht. Ich beleg dich mal wieder bitte. Jetzt müssen wir uns irgendwie auftragen, das hier an. Den kann ich nicht mehr reparieren. Da ist jetzt einer. Aber ohne Gatling. Da ist sogar abschleppbar. Egal. Hauptsache. Denkt alle dran. Wir werden hier nur wieder Frieden bekommen, wenn wir dafür kämpfen. Mal los. Markiert man die? Ist ja nicht mehr markiert. Na, also ich sehe nichts. Ich habe mich jetzt hinten da drauf gestört. Ich habe es gesehen, wir sind hinten da aufgestört. Ja, aber die drauf gestört was. Die seid das nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020